Ach, leck mich doch alle am Arsch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Magic Highlights vom AS-Sozial. Heute unter anderem mit dem Albino-Äffchen, der schlecht gelaunten Paula, dem hässlichen Martin, dem blinden Glückchen und viele mehr. Hör mal den Albino-Affenheim. Rückt gerade aus, was du als Vorbild hast. Munchi-Chi-Oh. Süße. Hey, ja, juhu, super. Oh, scheiße, was labert denn da? Halt der Maul. Jetzt kriegst du da einen Druck von mir, Junge. Au. Das ist ja auch hässlich. Hässlich in Deutsch spielt man nicht an. Weiter, König. Jetzt bist du eh schon, dass du hier bist. Ja, ich sehe keinen vor dir. Ich stand direkt vor dir. Was ist das für eine Ansicht? Ich bin ein Kampel-Männer vor dir gemacht. Da hätte ich dich auch nicht angespielt.